willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir sind heute in bregenz beziehungsweise auf dem weg dorthin noch befinden uns glaube ich in lochau also kurz vor bregenz ja und damit kann es jetzt auch schon losgehen wir wollen auf den pfender das ist sozusagen der hausberg von bregenz und da kommt man am besten mit der pfenderbahn hin die bringt einen in sechs minuten nach oben und die fahrt nach oben die können wir uns jetzt mal in ruhe ansehen der pfender ist ein 1062 meter hoher berg er wird zu den allgäuer alpen gezählt liegt am ostende des bodensees auf österreichischen gebiet bregenz ist österreich und die fahrt nach oben kostet glaube ich knapp 18 euro hin und zurück wohlgemerkt ein weg ist um die 11 euro wenn mich nicht alles täuscht wenn ihr zeit habt wenn ihr lust habt solltet ihr vielleicht zumindest den abstieg manuell vornehmen also auf einem wanderweg weil man dann vielleicht noch mehr mitbekommt von dem berg von der natur rundherum etc ja wir hatten die zeit leider nicht und sind hoch und runter gefahren oben angekommen erwartet euch dann ein wunderschöner ausblick über den bodensee zudem ein kleiner alpen wildpark der kostenlos ist beziehungsweise der in der fahrt zum pfender irgendwie inkludiert ist oder noch mal anders formuliert dieser tierpark hier wird unter anderem mit den erlösen aus dem seilbahngeschäft finanziert die seilbahn braucht etwa sechs minuten für einen weg sie verkehrt ungefähr zehn minuten takt und das zweispurig sozusagen und dann und Untertitelung. BR 2018 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 Also allein wegen dem Alpen Wildpark sollte man vielleicht nicht unbedingt hierher kommen. Man kommt eher hierher wegen dem guten Ausblick. Das ist wahrscheinlich der beste, berühmteste Ausblick am Bodensee. Der Weg durch den Alpen Wildpark, also dieser ca. 30-minütige Rundweg, der ist auch nicht gerade barrierefrei, wie ihr gerade gesehen habt. Also ein Rollstuhl kriegt, der da diese Steigung eher nicht hochgewuchtet. Und Hunde sind da leider auch verboten, angeblich weil die Tiere so schreckhaft sind und sich verletzen könnten und bedroht fühlen könnten. Andererseits sind aber SUVs dort oben erlaubt. Man kann direkt mit dem Auto auf dem Fender hochfahren. Würde ich aber jedem von abraten. Also die Begründung hinkt ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, wobei mir das eigentlich egal ist. Ich habe ja keinen Hund. Österreichischer Briefkasten haben wir gerade gesehen. Auf dem Fender wohlgemerkt. Ein schöner Brunnen. Ja, das lohnt sich schon alles. Das ist es schon wert. Alles in allem, wenn man das hier noch nie gesehen hat. So, damit ihr euch besser vorstellen könnt, was wir hier eigentlich alles gesehen haben von unserem Aussichtspunkt. Blende ich hier nochmal die Webcam der Fenderbahn ein, wo das alles schön beschrieben steht. Hier sehen wir unter anderem die ganzen Berge und ihre Namen. Wir sehen den Rhein. Wir sehen den Sentis. Die ganzen umliegenden Städtchen. Die Grenze Österreich-Schweiz. Wir sehen Bregenz natürlich von oben. Die Rheinmündung. Und bei gutem Wetter sieht man sogar Konstanz und die Mainau. Heute ist leider kein gutes Wetter. Auch bei uns war es ein bisschen trüb. Trotzdem toller Ausblick. Wir sehen Friedrichshafen. Lindau vor allem. Das sieht man auch jetzt. Lochau ist die Staatsgrenze von Österreich-Deutschland. Und jetzt könnt ihr euch hoffentlich ungefähr vorstellen, was hier alles zu sehen ist. Ja, und damit sind wir dann durch. Das war der erste Teil des Bregenz-Fender-Videos. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Teil wieder mit dabei seid. Da fahren wir dann die Seilbahn wieder nach unten und schauen uns an, was Bregenz sonst noch so zu bieten hat. Bis dahin macht es gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht es gut. Vielen Dank fürs Zusehen. und Tschüss.